Erstaunlich jedenfalls eine Mehrheit der von uns befragten Bayern will, dass Markus Söder, Ministerpräsident, bleibt im Freistaat. Ich habe ihn heute Mittag interviewt und als allererstes gefragt, ob sich die Kanzlerkandidatur mit diesem Votum für ihn erledigt hat. Es ist für mich schon ein sehr wichtiges Signal, dass die Bayern sich wünschen, dass ich in Bayern bleibe. Ich habe ja immer gesagt, mein Platz ist in Bayern und das hat sich nicht verändert. Was mich am meisten freut allerdings, dass der Kurs, den wir fahren, der ja doch in den letzten Wochen von vielen bestritten wurde, gerade von rechts außen, aber von anderen Seiten, dass der sich in der Gesamtpolitik bestätigt hat. Und dieser Vertrauensvorschuss, den gilt es auch weiter zu halten und auszubauen, gerade in dieser schwierigen Zeit. Und da ist die Meinung der Bevölkerung für mich ein ganz wichtiges Signal und Indiz. Sie bleiben in Bayern. Ich habe ja immer gesagt, wo mein Platz ist, aber es ist jetzt auch wichtig, dass wir diese Debatte um diese Personalfrage nicht dauernd befeuern. Denn wir haben im Herbst noch wichtige Entscheidungen zu treffen in der wirtschaftlichen Frage. Wie geht es mit der Schule weiter und wie ist generell die Herausforderung, Corona zu sehen? Und deswegen, glaube ich, tun alle gut daran, dass sie nicht ständig über das eine Thema reden, sondern sich lieber um die Sachpolitik kümmern. Das heißt, weniger über das Wohl Einzelkarrieren zu reden, als fühlen wir sich um die Mehrzahl der Menschen zu sorgen. Die Debatte läuft aber schon richtig heiß. Der nordrhein-westfälische Innenminister von der CDU, der zieht ordentlich über Sie her nach dem Motto Politik der heißen Luft und Inszenierung. Was sagen Sie zu seiner Kritik? Habe ich nicht gelesen. Jedenfalls war das eine politische Ohrfeige aus Nordrhein-Westfalen. Hat der Wettstreit um die Frage, wer wird Kanzlerkandidat jetzt schon Ausmaße, die der Union insgesamt schaden? Es ist selbstverständlich, dass sich zumindest die Journalisten große Gedanken darüber machen, wie die Führungsfragen nächstes Jahr entschieden werden. Aber das heißt ja nicht, dass man über jedes Stöckchen springen muss. Mein Arbeitsalltag ist komplett gefüllt mit der Herausforderung Corona. Ich befürchte übrigens, dass wir wirtschaftlich noch erheblich mehr Probleme bekommen werden, als viele vielleicht im Moment meinen. Deswegen ist die Sorge um die Zukunft Bayerns, aber auch des gesamten Landes steht für mich an erster Stelle. Und ich rate jedem auch, keine Personaldiskussionen zu führen, sondern Ideen zu entwickeln, Konzepte, die dann umzusetzen sind, wie man für die Menschen eine bessere Zukunft erhalten kann. Da sind wir, glaube ich, alle gut beraten. Und am Ende ist eines klar, die Union muss zusammenstehen, wenn sie im nächsten Jahr weiter Verantwortung übernehmen will. Die jetzigen Umfragewerte national sind vor allem der Bundeskanzlerin geschuldet. Deswegen gibt es dafür keine, eine Garantie, dass die so bleiben. Auch die müssen erstmal hart erarbeitet werden. Vielen herzlichen Dank für diesen ersten Teil unseres Interviews. Wir reden gleich weiter.